Voll cool, ich war noch nie so nah an Oldenburg dran, weil meine Pferde ja auch alle Oldenburger sind, okay, außer die Eskada. Ich finde das so lustig, weil da steht einfach überall Oldenburg. Das finde ich so komisch, weil ich kenne das halt einfach nicht, dass das halt einfach hier so ein Ort ist. Ich habe gerade unser Auto hier geparkt und da holt meine Schwester gerade ein Ticket. Wir fahren nämlich mit der Fähre jetzt. Oh Gott, das ist so stressig. Voll. Und jetzt auch, bam, jetzt noch schnell zur Schwerde. Ich stelle auf die Ärger warten zum Zug. Kurz Rückzug weg. Suchen wir jetzt einen Platz. Das wäre echt die Fahrt des Todes, gell. Ich hätte mir nicht das so schaffen. Also ja, vor mir vor allem, jetzt geht es eben auf die Insel. Juuu. Das ist der Kiosk. So schaut es hier aus der Fähre aus und da vorne ist Land in Sicht. Da sieht man ein Dach in der Mitte. Die Fähre legt jetzt gerade in diesen Minuten an. Wir sind da. Sieht man da irgendwie was? Ich bin so früh heute aufgestanden. Okay, wir sind da. Und was auf meine Schwester. Nägel lackieren. Nein, das war nicht. Nein, das war nicht. Jetzt wo wir ankommen. Voll nett. Auf der Insel angekommen und dann sehen wir gleich schon die ersten Ponys. Das Pferd da hinten schaut genauso aus wie Larimar von einem Wendy-Film. Was macht der da auf dieser Insel? Und so sieht die Kirche hier aus auf der Insel. Da gibt es halt einfach nur wie so ein Zelt die Spitze. Die Häuser sehen auch ganz lustig aus. Schau mal da. Ganz versteckt. Es ist total nett da auf der Insel. Das Wetter ist auch schön heute. Schau mal, was das Islan Pony für eine voll schöne lange Mine hat. Wie die von der Eskada. Da warten Easy Ponys. Easy Alarm. Es sind lauter kleine Ponys da. Hier auf der Weide. Das ist die Polizei vor der Insel. Fährt am Fahrrad. Ist schon vorbei. So nett hier die Umgebung. Wir checken jetzt gerade unseren Eis. Was ist denn deine Lieblingssorte? Ich glaube ich mag Mango, Erdbeer und Zitrone. Yummy Yummy. Himbeer, Smartes, Zitrone. Und was machst du? Kokos, Banane und Sushi. Voll lecker. Wir sind gerade hier in der Dünenlandschaft. So schaut das da aus. Voll niemand da. Und wir suchen jetzt gerade das Meer und das Wasser. So sieht das hier aus. Das ist die Dünenlandschaft. Und hier sind wir jetzt dann unterwegs. Und da hinten ist das Meer. Und da gehen wir jetzt hin. Gehen nämlich ohne Harbourboard. Ich glaube zum Reiten wärst du auch total nett. Hast du das auch so, dass du dann, wenn du irgendwelche Wege siehst, dir dann vorstellst, wie das ist, wenn du dann hier reitest? Und da reitet man anscheinend. Schau. Kommt man dann. Da sind auch überall Hofspuren. Wie süß. Und dann kommt man hier direkt zum Meer. Yeah. Wir sind da. So schaut das hier aus. Das ist der Zugang zum Meer. Wow. Gott. So schön dieser Strand. Meine Schwester und ich suchen jetzt gerade irgendwie den perfekten Platz. Es ist mir jetzt auch ganz laut und ich hoffe, wir können jetzt auch noch ins Wasser. Gar keine Wolken. Das ist hier wirklich der Oberhammer. Hier ist einfach links und rechts. Einfach niemand. Okay, meine Schwester. Und der Sand ist ganz weit. Und wir waren jetzt auch schon im Meer und es ist voll cool. Es ist einfach erfrisch und richtig gut. Und die Wellen machen Spaß. Also echt ein toller Tag ohne Wolken. Was macht denn er da? Hallo. Wie jausen er nämlich gerade? Er möchte glaube ich auch. So endlos angenehm. Ich habe jetzt noch ganz kurz geschlafen. Und jetzt gehen wir nochmal ins Meer. Wir genießen das hier komplett. Es ist echt toll. Es ist so schön da. Und ich habe jetzt schon die ganze Zeit mit meiner Schwester geredet. Ich würde so gerne mit meinen Pferden auch daherkommen. Das ist halt nur ein mega weiter Weg. Und am liebsten würde ich da gleich für ein ganzes Monat oder sowas bleiben. Da an der Nordsee oder ja da irgendwo. Ich finde es so toll. Zum Reiten wäre das echt ideal. Deswegen meine Frage an dich. Kennst du da irgendwo nette Ställe? Kennst du da auch irgendwo vielleicht ein nettes Häuschen oder eine Wohnung, was man sich für einen Monat mieten kann oder so? Weil ich würde halt dann doch mehrere Stunden mit dem Auto fahren und da mit meinen Pferden. Das ist halt dann schon eine ganz lange Reise. Deswegen muss man da schon ein bisschen länger bleiben. Also nur ein paar Tage. Und damit würde ich mir echt eigentlich eine meiner größten Träume erfüllen. Also das würde ich so gerne machen. Ich beneide auch alle Mädels, die jetzt irgendwie auch am Strand reiten können. Und mit Escada und Rubinesca da vielleicht irgendwo so hier am Strand so zu galoppieren. Boah, ich kann jetzt aber nicht dran denken. Vielleicht geht dir mein Wunsch erfüllung. Also vielleicht kennst du ja irgendwo was, was du empfehlen kannst. Und vielleicht kennst du ja auch irgendwen. Dann schreibst du mir gerne. Ich würde mich voll freuen. Und dann gibt es Videos, wie ich dann einfach von hier bis hier dann immer hin und her galoppiere. Und da hinten galoppieren würde. Es wäre einfach... Es wäre jetzt voll schön, aber mit Pferden wäre es glaube ich noch so ein Ticken schöner. Wir haben gerade so coole Fotos gemacht da jetzt. Und packen uns gerade zusammen. Da ist unsere Lage. Ist auch gerade meine Schwester. Dann geht's ab zur Fähre. Und was sagt ihr zu meinem neuen Nagel? Schau mal, was sind das für unfassbare Muscheln? Die passen genau unter meinen Daumennagel. Schön. Vielleicht schaffe ich es wirklich mal irgendwann hier zu reiten. Mit meinen Pferden. Oder an irgendeinem anderen Strand. Das wäre echt so ein großer Traum. Jetzt ist nämlich gerade Ebbe. Schau mal, was da liegt. Eine Qualle. Die kein Wasser hat, aber ich kann die nicht angreifen. Hier gibt es ganz viele Strandkörbe. So ganz typisch für Deutschland. Das gibt es nämlich in Italien und sowas nicht. Hier gibt es einen Strandkorb Overload. Übrigens ohne Filter. Also so schaut das jetzt wirklich in echt aus. So nett hier. Total schön. So idyllisch diese Insel. So eine heile Welt. Und die Isis stehen da noch immer auf der Weide. Und wir gehen da jetzt wieder zurück zum Hafen. So wie hunderttausend andere auch. Und wir wollen uns noch etwas zu essen. Wir haben so groß da Fischbrötchen. In Mausis. Hafenbute. Ähm, okay. Unsere allerersten Fischbrötchen. Mein Heidu ist schon abgebissen. Yes! So gut. Das ist ein Bismarck-Heringsbrötchen. Noch nie gegessen. Ich bin gespannt. Und was wir jetzt auch noch gleich getestet haben nach dem Brötchen. Sind diese, wie heißen die? Kiebelinge. Kiebelinge. Also Fisch. Fisch mit irgendwas. Und Aioli. Da stellen sich so viele Leute an. Ich denke, das sieht man gar nicht. Und wir gehen jetzt schon auf die Fähre. Suchen uns jetzt einen guten Platz aus. So wie vorhin. Genau. Aber auf sowas hätte ich Lust. Einfach mit meinen Pferdis. Am Strand entlang reiten. Da winken uns ein paar. Kennen wir zwar nicht. Aber okay. Aber okay. Tschüss. So und jetzt geht es schon wieder raus aus der Fähre, nachdem wir ein paar Partien UNO gespielt haben. Es sind auch ein paar Kinder vorbeigekommen, mit denen haben wir dann auch gespielt. Gott sei Dank gibt es diesen Filter. Da sieht man nicht, wie unfassbar rot wir beide sind. Wir sind ja voll rot. Jetzt geht es runter von der Fähre. Und sie hat mich jetzt gerade erkannt auf der Fähre. Hallo. Voll lustig. Danke. Gerne. Was machst du heute da? Also wir fahren gleich so nach Hause. Und ihr habt ja vier Wochen Urlaub. Sura. Magst du noch was sagen? Also wir waren auf Spiekeroog und haben zwei ausgetaucht Island gemacht. Das war wirklich ein so netter Tag. Heute kommt meine Haare voll witzig, was ich erkannt habe. Meine Haare sind ja so weit oben. Und ich schaue nicht wirklich aus wie in den Videos, oder? So schön der Himmel. So ein bisschen Pastel. Und da hinten ist jetzt auch der Mond. Und wir sind jetzt wieder am Weg zurück nach Hamburg. Wir sind jetzt am Weg wieder nach Hamburg. Bitte schau mal wie schön ist dieser Himmel ohne Filter. So Pastellfarben und so ein Ombre Verlauf. Echt schön.